Kann ich nicht solche Gelegenheiten unterdrücken oder so, oder? Das klingt doch eher sinnvoll. Nervt mich einfach nicht weiter. Na gut, Essen. Ähm, nö, du liest jetzt nicht, du nimmst das mal hier Post. Ja, denke ich mir. Ah! Ah! Hallo! Wuh! Ähm, okay. Scheint wohl Buggy zu sein. Einfach so. Okay, ja, whatever, dann. Jetzt baden und... Anscheinend ist es gerade hier richtig hart als im Abwangen. Oh, okay. Ah! Oh! 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 Der Wasserschaun hält sich aber an Grenzen. Finde ich nice. Ich bin ein Pachocki. Oh, Pachocki. Oh, Pachocki. Whoa! Oh, we're not. Das ist so schön. Barsambe moment wenn der stammbaum so groß ist dass es sich die scheiße stinkt okay ich stelle das einfach mal ab vielleicht ist da wirklich nichts drin und die kwarze Ja, du konntest nur so scheiße in der Landarbeit. Äh, Phil, was macht's? Was wird das? Jetzt lassen wir mal die Reste gegessen. Wir haben immer noch so viel gegessen, weil es wahrscheinlich nicht mehr wird. Nein, du wächst hier nichts mehr zusammen. Also. Ähm, eine Multi-Culti-Prinz. Pflanze, wieso kann ich sie nicht öffnen? Ich bin dafür, dass du dich erstmal nützt, die ganze Zeit so rumzulaufen. Ja, okay, macht Sinn. Jawohl, einfach nur fürs Bildungszentrum aus das Laufen gehen. So. Selig.